Aktuell verschicken die Finanzämter wieder Aufforderungen an Rentner, Steuererklärungen rückwirkend ab 2017 einzureichen. Viele Rentner sind ja der Meinung, dass das Finanzamt sich schon melden wird, wenn es etwas möchte. Diese Meinung kann sehr teuer werden. Ich zeige Ihnen wieder ein brandaktuelles Beispiel aus der Praxis. Schauen Sie sich das Video unbedingt bis zum Ende an und sichern Sie sich schon mal einen kostenlosen Report unter diesem Video. Was können Sie tun, wenn Sie so eine Aufforderung vom Finanzamt erhalten? In diesem Video erkläre ich es Ihnen. Ich bin Jutta Martin, Rentnerin und bringe hier steuerliche Themen und aktuelle Änderungen hauptsächlich für Rentner verständlich näher. Auf Wunsch einiger Zuschauer geht es heute um den Umgang mit dem Finanzamt, speziell um die Aufforderung der Finanzverwaltung, als Rentner rückwirkend für mehrere Jahre eine Steuererklärung einzureichen. Kommt man dieser Aufforderung nicht nach, erfolgt eine Schätzung, die immer zu ihren Ungunsten ist. Seit 2009 erhalten die Finanzämter jährlich alle Daten über die Rentenzahlungen. Da die Einkommenssteuer nicht automatisch von der Rente abgezogen wird, müssen Rentner hier von sich aus tätig werden. Mit welchem Prozentsatz die Rente besteuert wird, hängt vom Jahr des Renteneintritts ab. Sie müssen eine Steuererklärung abgeben, wenn sie mit ihrem Einkommen über dem Grundfreibetrag liegen. Dieser Grundfreibetrag wird jährlich angepasst. Da die Rentenversicherung die Renteneinkünfte an das Finanzamt übermittelt, lohnt es sich nicht zu schummeln oder zu hoffen, dass man verschont bleibt. Glauben Sie mir, es wird niemand vergessen. Das Kerngeschäft in der Finanzverwaltung in diesem Jahr ist gelaufen. Und nun werden vermehrt wieder die Rentner zur Kasse gebeten. Hier ist ein ganz konkretes Beispiel. Herr Roland V., einer meiner Zuschauer, schrieb mich verzweifelt wegen seiner Mutter an. Sie ist 82 Jahre, hat Pflegegrad 4 und einen Grad der Behinderung von 60 mit Merkzeichen G. Er teilte mir auch mit, dass seine Mutter eine Nichtveranlagungsbescheinigung hat. Zu dieser Nichtveranlagungsbescheinigung sage ich später noch etwas, weil sie oft völlig falsch gedeutet wird. Diese Dame wurde jetzt aufgefordert, rückwirkend für die Jahre 2017 bis 2022 die Steuererklärungen bis Ende Oktober 2023 einzureichen. Wird der Termin nicht eingehalten, erfolgt eine Schätzung durch das Finanzamt. Eine Schätzung ist immer zu Ungunsten der steuerpflichtigen Personen. Was können Sie also konkret tun? Also es geht jetzt um die Jahre 2017 bis 2022. Bis 2018 gab es ein aus zwei Seiten bestehendes Formular für die vereinfachte Steuererklärung. Seit 2019 gibt es dieses Formular nicht mehr. Für die Jahre 2017 und 2018 kann also Herr Roland V. für seine Mutter die vereinfachte Steuererklärung ausfüllen. Dazu muss er sich vorher bei der Deutschen Rentenversicherung die Information über die Meldung an die Finanzverwaltung für die Versichertenrente, also Altersrente und Hinterbliebenenrente, also Wittgenrente falls vorhanden, anfordern. Das macht er über die Webseite vom E-Service der Deutschen Rentenversicherung. Den Link finden Sie auch unter diesem Video. Bezieht seine Mutter nur Altersrente, dann fordert er die Information zur Versichertenrente an. Das kann er in einem Zuge für die Jahre 2017 bis 2022 erledigen. Er benötigt dazu die zwölfstellige Rentenversicherungsnummer, Vor- und Nachname sowie den Geburtsnamen. Bekommt sie auch noch eine Wittgenrente, dann muss er auch die Information zur hinterbliebenen Rente anfordern. Auch das kann er für sechs Jahre mit einer Anforderung erledigen. Allerdings benötigt er hier die 17-stellige Postrentennummer. Die Information über die Meldung an die Finanzverwaltung enthält die Art der Rente, in diesem Fall ist es die Regel Altersrente, den Rentenbeginn, den Rentenbetrag für das jeweilige Jahr, das ist also die Jahresbrutto-Rente, den im Rentenbetrag enthaltenen Anpassungsbetrag, die geleisteten Beiträge zur Krankenversicherung und auf der Rückseite die geleisteten Beiträge zur Pflegeversicherung. In dieser Information handelt es sich um Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Auch hier sehen Sie den Rentenbeginn, den Rentenbetrag, den Anpassungsbetrag und die geleisteten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Hier handelt es sich um eine große Witwenrente mit Rentenbeginn 1.01.2022. Eine Rentenanpassung gab es in diesem Beispiel noch nicht. Hier kommt dann der Hinweis, dass vom 1.09.2014 bis 31.12.2021 eine vorhergehende Rente bezogen wurde. Das bezieht sich auf die verstorbene Person und ist wichtig für den steuerpflichtigen Anteil der Witwenrente. Auf der Rückseite stehen dann die geleisteten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Ab 2019 sind in den Steuerformularen die Daten gekennzeichnet, die dem Finanzamt bereits vorliegen. Das erkennen Sie an dem eingekreisten E. Diese Beiträge oder Beträge müssen Sie nicht mehr eintragen. Nutzen Sie eine Software für Ihre Steuererklärung, dann tragen Sie die Zahlen natürlich ein, also trotzdem ein, weil Sie ja das steuerliche Ergebnis wissen möchten. Ab 2020 gibt es für die Renten drei verschiedene Anlagen, und zwar die Anlage R für die gesetzliche Rente, Anlage R-Aus für ausländische Renten und die Anlage R-AV-BAV für inländische betriebliche Altersversorgung und Altersvorsorgeverträge wie zum Beispiel die Riesterrente. Seit 2022 gibt es einen besonderen Service der Steuerverwaltung, speziell für Rentner und Pensionäre. Er nennt sich EinfachElster und ist erstmals für die Steuererklärung 2021 nutzbar. Um diesen Service zu nutzen, gehen Sie auf die Webseite einfach.elster.de und schauen Sie sich die kurze Videoanleitung an, die Ihnen in gut zwei Minuten alles erklärt. Jetzt komme ich nochmal zurück auf die vorhin erwähnte Nicht-Veranlagungsbescheinigung. Mit der sogenannten Nicht-Veranlagungsbescheinigung hat man die Möglichkeit, sich von der Kapitalertragssteuer befreien zu lassen. In der Regel betrifft es zwei Personengruppen. Erstens Rentner, die unter dem Grundfreibetrag, aber über dem Sparerpauschbetrag liegen und zweitens Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel von den Großeltern Geld geerbt haben und noch kein eigenes Einkommen haben. Die sind aber jetzt Rentner mit einer kleinen Rente, also unter dem steuerlichen Grundfreibetrag und haben gut gespart, eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen oder ihr Haus verkauft und kassieren jährlich ein nettes Sümmchen an Zinsen, das über dem Sparerpauschbetrag liegt. Die stellen den Antrag auf Ausstellung einer Nicht-Veranlagungsbescheinigung, also NV-Bescheinigung. Das Finanzamt prüft den Antrag und stellt eine NV-Bescheinigung für Kapitalerträge aus, wenn die Einkünfte einschließlich der Zinsen, also das zu versteuernde Einkommen, unter dem Grundfreibetrag liegen. Sie gilt höchstens für drei Jahre und wird nur ausgestellt, wenn die Einkünfte, hatte ich gerade schon gesagt, unter dem Grundfreibetrag liegen. In diesem Fall brauchen Sie keine Steuern zu zahlen und auch keine Steuererklärung einzureichen, um sich die Kapitalertragssteuer zurückzuholen. Die NV-Bescheinigung stellt Sie von der Abgeltungssteuer frei, nicht aber automatisch von der Abgabe einer Steuererklärung. Auf dieser NV-Bescheinigung steht aber auch, wann Sie sie zurückgeben müssen. In unserem Beispiel hat die 82-jährige Rentnerin nicht beachtet, dass diese NV-Bescheinigung maximal drei Jahre nur gültig ist, denn sie wurde ja für sechs Jahre rückwirkend aufgefordert. Wer regelmäßig mit seinem zu versteuernden Einkommen unter dem Grundfreibetrag liegt, kann bei seinem Finanzamt einen Antrag auf Löschung des Steuerkontos stellen. Das ist etwas völlig anderes als eine Nichtveranlagungsbescheinigung, die ohnehin nur für drei Jahre maximal gilt. Hat Herr Roland V. jetzt keinen Nerv dafür, die ganzen Unterlagen für sechs Jahre zusammenzutragen, kann er telefonisch Kontakt zum Finanzamt aufnehmen und unbedingt schon mal mitteilen, dass seine Mutter einen Grad der Behinderung von 60 mit Merkzeichen G hat. Er kann dann eine Kopie des Schwerbeschädigtenausweises oder des Bescheides vom Versorgungsamt schon mal vorab per Post an das Finanzamt schicken, damit der Behindertenpauschbetrag steuerlich berücksichtigt wird. Will oder kann er das nicht, dann muss er eben auf die Bescheide warten, die einer Schätzung zugrunde liegen und einen Einspruch einlegen wegen der 60% und Merkzeichen G. Der Pflegegrad ist für die Steuererklärung nicht relevant. Viele Rentner verdrängen das Thema Steuern und sind der Meinung, dass es sie nicht betrifft. Die Praxis zeigt deutlich, dass es den Rentnern an den Kragen geht. Bei der Besteuerung der Renten wird keiner vergessen. Die Rentner werden weiter zur Kasse gebeten. Es geht weiter. Rentner wacht endlich auf und handelt und vermeidet Verspätungszuschläge und Zwangsgeld. Treten Sie der Partei der Rentner bei. Denn sie fordert unter anderem eine steuerfreie Nettorente in Höhe von 1250 Euro. Besuchen Sie die Webseite www.partei-der-rentner.de Laden Sie sich den Antrag auf Mitgliedschaft herunter und schicken ihn ausgefüllt nach Tübingen. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich abzugsfähig. Untertitelung. BR 2017